die regionalliga bei sport total präsentiert von wie wenn alles fertig los geht's pont stößt an noch mal also in rot von links nach rechts der bonner sc und der gast aus oberhausen ganz in weiß dann ist zur stelle und die bonner können nicht ihren angetraubt und über rudy gonzalez das ist die 1 kein abseits berg aufgehoben profiter verlängert auch nicht im abseits profiter lässt durch stadtmann ausgleich 1 zu 1 ein vorsicht 221 für rot-weiß oberhausen jetzt hat auch anton heinz sein vor das macht erst mal die ecke von buchmeier die ist nicht verkehrt profiter 1 zu 3 und das sieht doch jetzt schon sehr sehr schlecht aus mit einer sc klasse durchgesetzt und dann muss es den strafschluss geben und es ist der elfmeter rausgeholt von nico buchmeier super solo in den 16er rein und dann das faul von feitern das ist immer so eine sache wenn der gefolgt selber schießt da war buchmeier gegen bürg und buchmeier trifft 1 zu 4 62. spielminute natürlich auch aus finanziellen gründen wichtig und wichtig absolut hier nächster ball in den bonner 16er das wird der nächste abschluss das war mal ein strahl das war mal ein strahl das war mal ein strahl hier fasnacht 1 zu 5 in der 64. minute der bonner sc fällt an allen ecken und enden auseinander ja ich hab's nicht erwähnt jetzt geht's doch nicht wenigstens anständig zu verabschieden aber so wird das auch richtig fütter werden die regionalliga bei sport total präsentiert von bwin ja leute das video muss jetzt fertig werden wie ist das jetzt hier was ist hier playlists ja ok und hier unten abonnieren ja und war's das oder ist hier noch was letztes video ja sag ich ja alles gut noch alles gut und hier noch kanske heilig ist nepp wir sind wir sind